Eine schwierige Aufgabe, die Absolute Andy hier zu meistern hat. Sein Gegner, Carsten Beck, da hat er eine unglaubliche Entwicklung hingelegt in den letzten Monaten. Carsten Beck hat die World Triangle League gewonnen, meinst du, da verschimmt sich ja mit. Gingrich Swann und Biff Musick, auch ein ebenso schwarzer Tag in der Geschichte von Westside Extreme Wrestling, wie der Titelgewinn, Carsten Beck, Champion von Russo's Gnaden. Also das ist ja eine unglaubliche Entwicklung, da wird der Zuschauer einfach weggeschmissen. Carsten Beck, der kennt da überhaupt nichts. Macht hier die Reihen frei. Das könnt ihr doch nicht machen, nicht in die Zuschauer rein. Aber der Referee, das Video, kann nichts machen. Aber ausgekondert, und jetzt ist es Carsten Beck, der in der Stuhlreihe landet. Das ist Al-Avajid. Das ist Al-Avajid.